Millionär werden Im Geldriegen stehen Aber wie? Lotto-Banküberfall Oder einfach Kandidat im Fernsehkurs Ein erbarmungsloser Kampf Um den heißen Stuhl Man kann seinem Schicksal nachhelfen Und nun? Noch 15 Fragen bis zur Million Ein mörderisches Spiel beginnt Noch eine Frage Bis zum Tod Noch eine Frage bis zum Tod Der TV-Quizkrimi von Antje Friedrichs